Das ist Pierre, Musiker, Biker und steht total auf Bina. Jugendschwarm, Rockerbraut und fährt ab auf Biker Pierre. Pierre holt Bina zum ersten Date ab. Aber von seinem Bike ist sie gar nicht begeistert. Bina ist geschockt. Und Pierre, sehr traurig. Da hat er die Idee. Er ruft Wolfgang an, Fahrschullehrer in Neuwied und Weißenturm. Pierre macht fix seinen Führerschein und wagt einen zweiten Versuch. Jetzt ist Bina happy. Pierre ist ultra happy und Wolfgang, der ist froh, mal wieder geholfen zu haben.